wisst ihr wer jeder gallischen frau ein geschenk machen könnt schenkt ihr einen schönen handlichen hinkestein willkommen im steinbruch von herrn obelix ich bin aushilf praktikant blocks der x der normalerweise in der hütte wo die noppensteine sind wohnt heute aber wie gesagt mache ich praktikum bei herrn obelix in seinem steinbruch denn er ist mal wieder mit seinem freund asterix und miracolix auf großer fahrt und irgendeiner muss die geschäfte am laufen halten und ich bin ganz clever und habe ich hier extra eine kleine souvenirserie aufgelegt mit der hilfe eines germanischen gotischen händler der sich lidell nennt habe ich hier für euch einen kleinen hinkestein to go den werde ich euch heute vorstellen 67 steinchen ein kleiner mini hinkestein das wird doch in lutetia der neueste schrei freunde kommt mit mir hier auf den steinbruchboden dann zeige ich euch den kleinen lehminier ja freunde da sind wir hier auf dem bautisch und ich zeige euch das platte z lehminier das kann ich euch schon mal setzen das ist der hinkestein ich bin wieder euer blogs da blogs der x habe ich wieder in die zeitmaschine gesetzt und er ist wieder 50 vor christus in der bretagne ich bin wieder der blogs da hier für euch in der noppen klötzchen scheune bevor ich jetzt hier diesen karton aufmacher möchte noch kurz was zum karton sagen ich möchte erstmal mein lieben freund sebastian moin und meinen freund patrick salue danke sagen die mir hier dieses hetzt besorgt haben die nächsten kleinen setze ich euch zeigen werde sind nämlich die sechs die man nur bekommt wenn man in den supermärkten von lidl in frankreich diese sammelaktion mitgemacht hat die ja seit dem 20 10 dort läuft bis zum ende des jahres da sind immer so kleine sets nicht mehr als 100 teile und ich habe gedacht was ist denn wohl also für mich das ist das denken was ist für mich der coolste charakter und das war bei asterix und obelix immer irgendwie obelix den habe ich immer am liebsten gemocht vielleicht lag es daran dass er den grundsprecher der filme der von benjamin blümchen ganz oft war oder otfried frischer zum beispiel und ja irgendwie hat dieser dicke gemütliche hinkelstein verkäufer was ich als jugendliche und als kind nie verstanden habe was das überhaupt ist wenn mir immer eine stein im brett gehabt das passt auch irgendwie wieder als ein stein im herzen irgendwie obelix ist für mich immer der sympathisch der charakter gewesen schreibt mir bitte mal in die kommentare welches welcher euer liebster charakter ist keine angst gibt auch diesmal nichts zu gewinnen denn das gewinnspiel läuft denn auch wenn ihr dieses video seht findet ihr oben auf dem i und unter der video beschreibung mehr dazu ja ich möchte euch heute nämlich an diesen set überhaupt mal ein bisschen erzählen was überhaupt so ein hinkelstein ist aber fangen wir erstmal an playtif das ist ja der klemmbaustein hersteller bzw die marke mit den lidl hier klemmbausteine vertreibt mit der asterix lizenz da oben sehen wir es auch ganz wichtig nur ich habe im ersten video beim römischen vorgesagt guti früher waren das gut die steine heute sind das wohl panlos steine hier sehen wir es auch ingeniert bei playtif clipis das ist ja diese marke wie gesagt panlos der herrscher dann aus china natürlich zertifiziert und wie immer regt dieses set zum spielen an und die fantasie und so weiter ab fünf jahren 87 steinchen und wir sehen ja schon herrn obelix und einen seiner hinkelsteine im steinbruch auf der rückseite dann das gleiche hier oben dann der asterix schriftzug und wir haben auf der kante ja sogar einen deutschen text nicht euch wieder vorlesen möchte asterix hin gestein fördert kreativität fantasie und interaktion steinbruch mit hinkelstein sowie obelix eine figur und viele accessoires kompatibel mit allen handelsüblichen klemmsteinen als es empfehlung ab fünf jahren 87 teile das playtif clipi klemmsteinsystem ist teil der playtif spielwelt und sollte nicht mit klemmsteinsystem anderer hersteller verwechselt werden playtif clipis klemmsteine sind zu 100 prozent mit bausteinen andere am markt befindlicher hersteller kompatibel und verbaubar und bespielbar ja also kompatibel zu dänischen herstellern aber bitte nicht mischen quasi so hier haben wir händen asterix in der normalen quatsch herrn obelix natürlich asterix steht da den herrn obelix in seiner ganzen pracht wir wissen ja ein karton muss eine 1 zu 1 figur darstellen sonst ist es kein klemmsteinkarton hier auf der rückseite sehen wir noch mal tüv rheinland zertifizierung und hier das was ich euch gerade vorgelesen habe und von unten ja diese handelskontor firma und die an nummer das ist die 3 80 27 3 unterstrich 21 01 kb 9492 ist wo die nummer von deltasport handelskontor gmbh so heißt sie so wir schneiden es auf das waren jetzt sehr viele trockene fakten wir schneiden hier oben auf und dann schauen wir mal ihr dürft als erste wieder reingucken das wird ja nicht so viel sein der karton muss leer wir haben hier ein faltblatt aufkleber bei dieser serie gibt es ja sehr viele aufkleber wir haben hier so eine anleitung zum falten mit ja sieben bauschritte hier und auf der rückseite auch noch mal sieben das heißt wir haben 14 bau schritte mit den aufklebern dann und hier unten haben wir die teile übersicht was wir bauen ist hier immer farblich was gebaut wurde ist dann in einen schönen lebensbejahenden und freundlichen grauton gehalten bisschen klein die anleitung also wahrscheinlich dann doch mit papa zu bauen wir haben keine tüten sortierung und wir haben 123 tüten und das größte ist hier eigentlich ja die garantie anleitung hatten wir ja auch schon beim römischen lager apropos lagern das wird hier nicht lange auf den tisch lagern denn ich baue das jetzt freunde viel spaß bei den fakten rund um das thema hinke stein speed bild zeit ist fakten zeit und liebe freunde heute sprechen wir über den legendären hinke stein habt ihr euch nicht auch gefragt was ist überhaupt so ein hinke stein gut dass es dieses herz von platte gibt denn nun kann ich euch die fakten dazu erzählen der hinke stein heißt nämlich eigentlich menhir menhir ist eine aus dem bretonischen entlehnte bezeichnung für einen vorgeschichtlichen hochragenden steinblock der auch als hingestein bekannt ist in der prähistorischen archäologie bezeichnet das wort einen länglichen einzelstein das ist aus dem bretonischen für main stein und hier für lang der in vorgeschichtlicher zeit von menschen aufrecht gestellt wurde die identifikation als menhir ist oft nur durch eine ausgrabung zu verifizieren aufrechte steine dieten auch als grenz steine ruh steine werbung für steinbrüche moderne gedenksteine und gartenornamente sowie als markierung von straßen die im deutschen sprachraum zu findende volkstümliche bezeichnung hinkestein für einen menhir bildete sich im mittelalter aus irgendwann wurde das wort hühnen bzw riesen stein nicht mehr richtig verstanden und vermutlich über hühner stein was huhn kommt nämlich hinkelhuhn das war zusammen ein wort im süddeutschen wurde es dann mundartlich zu hinkestein unter diesen namen spielen menhir auch in der deutschen übersetzung logischerweise von asterix eine rolle obelix trägt und verkauft hinkesteine wodurch die beliebtheit der bezeichnung auch weiter anstieg die mehrzahl der in frankreich registrierten menhir befindet sich in der britannien aber auch im rest frankreich england irland dänemark deutschland italien spanien belgien griechenland und auf malta findet man menhir die verbindung von menhir zu den kelten bzw gallian ist auf französische antiquitarier des 18 jahrhunderts zurückzuführen denn eigentlich stammen diese steine aus der jungen beziehungsweise neusteinzeit und haben so eigentlich gar nichts beziehungsweise nur kaum etwas mit den kelten schrägstrich gallian zu tun diese haben aber auch ein paar steine aufgestellt daher diese verbindung der alten frühen archäologen schrägstrich antiquiteri jahre ich muss nur noch zwei hinkelsteine ausliefern dann komme ich ja freunde da ist er fertig unser riesengroßer steinbruch von playtif klippi panlos aus der asterix serie der arbeitsplatz von herrn obelix hier ist unser hinkestein und ja ihr seht vielleicht der hat dort unten zwei löcher denn ich habe ich hier ein feguss gehabt aber der stein fällt nicht so weiter auf das ist eine einmal dreier in dark blue grey weil wir ihn hier auf die blick modifies draufpacken und dann kommt er auf diese zweimal zweier jumper plate und dann fällt das gar nicht auf dass wir hier einen feguss haben sonst das hätte ziemlich niedlich wir haben hier wieder großflächige aufkleber das ist leider so aber ich glaube bei kindern setzt da gehört das einfach dazu für kinder die die haben spaß am kleben ich hatte als kind auch spaß ich wiederhole das immer gerne ich habe mir sogar extra von lego solche bauhefte gekauft mit ganz großen sticker bürgen und die habe ich teilweise heute noch jetzt schaut man hier die aufkleber würde ich immer ein bisschen mit den teilen trennen wenn ihr welche habt egal von welchem hersteller mit der flachen seite immer ein bisschen drauf rubbeln nicht so doll sonst reißt der und ja sonst haben wir halt hier paar schöne steine wir haben pass lobs dark blue grey light grey und dieses dieses light grey blau hell weiß keine ahnung marmor nenn ich mal von panlos und wir haben ein paar schöne steinchen 87 stück wobei dann natürlich auch die minifigur dazu gehört hier mit dieser asterix plate die bei jedem dieser set mindestens einmal dabei ist ich zeige euch die minifigur aber einfach noch mal in groß die platte asterix figur bzw obelix figur asterix figuren sind es ja ich finde ziemlich niedlich auch wenn sie ein bisschen schüssel mäßig aussehen die köpfe sind immer aus wie als hätte michael aus lönneberger die suppenschüssel auf aber was macht irgendwie niedlich und ich finde es gar nicht mal so verkehrt hier in dieser figuren form die asterix serie zu haben ich bin mal gespannt wenn lidl wirklich bibi und tina macht wie sie das dann machen wollen denn es sind ja auch sehr filigranen mädchenfiguren vielleicht gibt es ein andere das weiß ich gar nicht wenn ihr da erfahrung habt mit platte figuren dann schreibt mir das bitte mal unten in die video beschreibung das hätte ist ganz niedlich ist halt der steinbruch von herrn obelix und da gibt es ja auch einen tollen band zu ich glaube da heißt der obelix gmbh und co kg auch ein sehr toller band kann ich euch nur empfehlen ja empfehlen kann ich euch auch meine schönen fast hinkelsteinfarben grün grauen augen in die schauen wir uns nämlich jetzt gleich meine freunde ja freunde da ist das review auch leider schon zu ende 87 steinchen ich habe versucht den speed bild ein bisschen zu ziehen denn ich wollte euch ja unbedingt ein bisschen geschichte zu den menhir beziehungsweise den hinkel oder hühner oder hühnen oder riesensteinen erzählen ich hoffe ich habe euch ein bisschen schlauer gemacht so wie als hättet ihr von maestrix einen schönen trank bekommen ja ich muss noch mal sebastian und auch patrick danke sagen dass ich hier diese stofftiere die auch aus dieser lidl aktion sind und bin natürlich diese sechs sets bekommen habe ihr findet ihr hinter mir nämlich auch noch die drei anderen versteckt und versteckt findet ihr auch ich wiederhole mich da gerne oben im das gewinnspiel zum römer zählt was ja auch hier hinter mir steht ich finde und das muss ich echt sagen diese sets sind natürlich jetzt hier so heiß begehrt und einige youtuber ich ja auch zeigen sie euch und ich will alles andere als irgendwie neid hier hervorbringen ganz im gegenteil nicht umsonst verlose ich ja dieses eine zählt der sebastian stellt euch eine ganze rutsche dieser sieben zu erwerbenden sets die ihr bei niedeln kaufen könntet theoretisch in frankreich bei briggs for kids.de datum habe ich unten in der video beschreibung mal als reminder reingepackt und mit etwas glück gibt es auch noch mal von uns diese sechs kleinen päckchen auch noch mal zum ersteigern für einen guten zweck und ich habe gesehen viele andere von euch haben auch von freunden da sich diese sets besorgt die vielleicht in frankreich im außendienst oder wie auch immer oder an der grenze wohnen zu arbeiten müssen pendeln müssen besorgt und das finde ich halt super dass so eine reihe dann wieder auch die community noch mal enger zusammen schweißt das sage ich glaube ich bei jedem video diese asterix reihe mache ich aber auch ganz gerne bis ich todumfall ist mir egal denn wir sind eine gute community ganz egal was da draußen wer sagt quasi wir sind das dorf umbringt von dänischen römischen römern jetzt habe ich mich fast verhaspelt aber er wisst glaube ich was ich euch sagen will freunde und ich sage es euch jedes set hat seine geschichte das ist mein ursprungs ja initial zündung warum ich diesen kanal hier habe weil ich finde egal wie klein ein set ist es muss nicht immer das große 20.000 teile set sein oder das technik set mit 95 motoren nein auch so ein kleines hat halt eine geschichte die es erzählen kann ist vielleicht für die masse nicht so interessant aber den ein oder anderen von euch mittlerweile sind wir ja nun mal über 3000 interessiert ist schon und ich finde einfach gerade hier was ein hegelstein ist und so ein das muss erzählt werden und warum nicht dann den katalysator klemmbausteine und asterix und obelix jetzt habe ich wieder viel zu lange geredet für 87 steinchen in diesem sinne freunde passt auf dass euch der himmel nicht auf dem kopf fällt bleibt gesund auf wieder bauen euer freund der blogs da